moin moin leute willkommen zum let's play kingdom hearts 3 in hd willkommen zum zweiten teil des let's play videos oder teil let's play reihe wir hatten hier das letzte mal hier den vorspannkissen metall ist dass er übernehmen möchte und ich würde sagen wir schauen mal hier auf dem berg hinauf was da ist passieren könnte also jetzt sich und die herzlosen gleich am anfang des videos magie benutzen du wirst während des abenteuers eine reihe für uns mal in arten erlernen um sie benutzen wähle mit kreuz tasten im kommando muss magie aus und trifft eine zweite liste und erscheint und drücke dann a der einsatz von mickey verbraucht energie der eine mp liste wenn diese liste aufgebraucht ist die zieht sich automatisch nach und nach wieder auf du kannst wirken mir du kannst wirken von markie beschleunigen indem du einen menü anzahlen zaubern kurze fehler zu weist das nennt meinen guten anfang modus öffnet das hauptmenü um die funde 1 ms einzusetzen um auszurüsten laufe den berg hinauf habe ich doch gerne du kannst dich mit linken kontroll stick wenn dich mit linken kontrolle kletterst du dich automatisch kleinere kontakt noch hoch und springst über unebene stellen du kannst du ich bringe nicht selbst durchführen du bist in einer sagt das gelandet nicht verzagen du kannst wände hochlaufen die leicht da hält sind sie ist die sie ist sie dich gut um so solche stellen um sie solche stellen auszumachen so schauen wir mal in der nächsten szenen was das alles passiert ich denke wir müssen in der nächsten szenen ich mache eine turn auf die falsche rocken Hey, Hercules! Where are you? You live. All right, I know I dotted my I's, crossed my T's, zeroed the hero. So what gives? Who could possibly be trying to give me a migraine by yodeling that Yatsy's name? Really? Hades? It's just you, maybe. It's just us. Even for you, that's cold. Don't forget, I can always turn up the heat! Wait, if Hades is here, then where's Herc? What is everyone's infatuation with that? No! You know, never mind. Never mind. I'm cool. I'm good. Because Wonder Boy will be out of my hair soon enough. So you're up to no good again. Of course he is. You're a bitch! Oh, easy. What is this, Sparta? Kind of on a schedule. Don't have time to toss around the old fire and brimstone. The whole cosmos is basically waiting for me to, you know, conquer it. Poor Hades. He thinks he can actually pull it off this time. Where are my titans? Show me your power! Ah! Fakt is, that the controller, when you use controller, men can also beoren. Ah... Ah... inversoAK Fair작花 Hey! Oh! My so 지민 es war der stelle wieder komplett es Was ist das eine Kuh-Thing? Huh? Really? Wer bist du? Jeez Louise. Seriously. Wenn es regnet, wird es geliebt. Okay. Wer ist der neue Pest? Hey, das ist kein Weg zu sagen. Especially zu deinen eigenen Freunden. Oh, perfect. Now I gotta put up with you two. Funny, I don't remember you doing me any memorable favors. So, you can keep your heartless this time. I'm going back to my original plan, all right? So, toodaloo. Exit's that-a-way. Hey, was great seeing ya. Happy Trails! We are not here for you. I have my own business to attend to. All I need to know is if there is a distinctive black box somewhere in this world. Black box, huh? Hmm. Black box, black box, black box. Hmm. Wait. Don't tell me. You're after the one Zeus hit on Earth? Possibly. If I were, where might it be? Phew. Huh? 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 See? Found him. Yeah, I guess this counts. Huh? 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 Just a second. Huh? 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 You guys are here. Sora, Donald, Goofy. You literally dropped in. Got to say? I'm impressed. Like the catch. Yeah. Thanks, Herc. But... What's going on? Take a guess. Starts with an H. Ah. I get the picture. Actually, we bumped into the H-ster on the way here. Mm-hmm. He said something about conquering the whole cosmos. All of it, huh? Nice of him to show a little self-restraint. Well, whatever he's planning, I'll send him running back across the sticks. Heh. That's our Herc. That's our Herc. Now, what's going on? So you can see them in a few minutes. From your mind, I may not set up. I can see them where you'll be able to get out of the game. Let's move on... ..and you're trying to use the game as the game. So I'm not going to read the game. You can see them in the game. You can get a long life test. As you will only have a long life test. Now, I'll just ask, you'll have to do this next time, wherever you're at the game. Here, am I'm ready to go. waren im angebot stadt er ihnen also mit immer wieder ein besuch ab während du rechtlich einkaufst jetzt die überflucht zu können und verzeihung mein freude belohnen dafür so streichern sie mal durch sagen spielten kann ich auch kaufen verkaufen ach hier ist das speichern sprechen wir mal an der stelle ich sagen was uns haben wir uns so ein spielstand wieder verloren liebe zweimal speichern als ein verlorenes spiel zu haben ich habe mal herum was ich machen kann ich darf die wände hochlaufen ja kann ich dann scheint wohl nichts ganz so sora is there a reason you guys are visiting i'm guessing it's not just for the cheese and olives oh yeah it sounds like somebody forgot i just took my time remembering perk i came here so i could ask you something ask me yeah do you remember the last time we were together you were feeling down and out how'd you get your strength back when you jumped in and saved meg huh that's tough all i know is that she was in trouble suddenly i wanted to save her with all my heart but it's not like i could tell you how oh man what's wrong all my strength is gone from me too that's why i need you because i was hoping you might have a solution or something i'm sorry sora let's talk later right once we dealt with these guys dann würde ich sagen jetzt tun wir mal wieder gegen die herzlosen kämpfen frei auf los wenn du dich in der luft linke controller rad in der luft benutzt und x btdx um per luft grätsche elementen zu sollen herum zu so zu ratschen kannst du wieder in besonder art eine fortsprung aktivieren im freien fluss genannt wird drücke x um sprung begleiter auszuführen auf diese weise kannst du kannst aber auch freien fluss ändern den drückter adrückt und mächtige freier fluss angriffe auszuführen ja 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 ich weiß nicht flüssig laufen sollte ich weiß nicht Meg you need to stay someplace safe we'll search the city and make sure everyone manages to get clear of the fire be careful wonder boy I will so you guys in of course we're in break a leg then heroes mmm Phil you should go with Meg you gotta keep her safe hey I hear a voice from which way over that way oh no there's a little girl caught in the fire let's go wait running's too slow but then what's the other choice get on that so that feels lustig meine freunde kann ich euch schon mal sagen like this that's good now hold on tight maybe we should I don't think this is a good idea oh no not again thank you for saving me yeah no problem we better check and see if anyone else needs us well if it isn't sora and the king's pawns huh maleficent Pete are you the reason the heartless are here certainly not say maleficent I don't know about his sidekicks but kid keyblader here looks way punier than the last time we saw him I say we finish him off while we still can waste no time with the boy he's inconsequential we have a far more pressing matter to attend to oh we gots to find that black box be silent you fool as for you three we shall meet again when I have time for such trifles yeah and you's better get your act together before then later twerps wait it's fine I can take it of course it sure don't sound like it did Pete saying mean things bother you it's fine I can take it you're getting a good strider we know you you can take it don't say that oh I just said what he said I can take it I can take it so my friend I think we'll be in the dash there we'll cut and we'll speed so speed yeah we'll write it so and I think on the side I'll write it I won't write it ich glaube an der stelle sehen wir uns beim nächsten mal wieder meine freunde wenn es heißt sora und goofy und donald und herkules retten ich hoffe wir ich hatte ja ihr hattet spaß beim zuschauen und ich hoffe wir sehen uns das nächste mal wieder von leute bis zum nächsten mal